So herzlich willkommen zurück zum Mario Superstar Saga, ich habe mir gedacht ich werde es jetzt nicht mehr übersetzen, weil es das Spielen dadurch schon ziemlich lange dauert und es außerdem sowieso niemand schaut. Der Koopa Cruiser, we haven't finished paying it off. Find Lord Bowser, oh hellboss. Bowser fell on the other side of the border. Achso, da ist der drüben auch gestützt. Well, well, talk about a nice surprise, check it out bro. It looks like the famous Mario Bros have arrived. Man, that really brings back the memories, doesn't it? Good times, good times. So what's up brother Sam, are you two heading off on a journey together? Also, you probably want us to let you pass. Yeah, well, I'm sure you guys know this is the border of the Mushroom Kingdom. That's right, it's the border and since we are the border security we can let you in. Until you do something jumping worthy of the Super Mario Bros name. Want to do the border jump? Yes. Achso. 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 Äh. Mann. Ich habe aus der Sehens das Falsche gedrückt. Wie lange geht das jetzt? Oh mein, der kommt wieder. Was? Ah, we missed anything else. Geh mal raus. Do you guys want to try again? No thanks. Hey, junger sohle von mir. You will have to try again. Achso man muss es ja schaffen, ok. Ich drücke jetzt einfach immer X. Ich glaube, das ist die einfachste. Methode. Ach, es geht nicht. Danke für den Hinweis. Das ist echt schwieriger, als man denkt. Ich bin gerade ziemlich konzentriert. Ja, ich hätte nichts sagen sollen. Man, very cool, das waren einige incredible Jumps. Okay, das ist wahrscheinlich eine Anspielung. Ohne schwer zu erkennen. Just beyond here is the Bean Bean Kingdom. You be extra careful when traveling there. Oh, yeah, yeah. Hold up, bros. Since we've been on duty, you too are the first people ever to cross our border. I mean, ever. We've got to commemorate this occasion by giving you this. Also, as long as you have a map, you will feel safer in foreign lands, right? We'll start to view the map on screen and check out the map. Oh, and that's not all, not remotely. Touch the minimap on the bottom screen to view a map of your surroundings. If you want all the juicy details, though, you gotta open up your suitcase and retigert. Bye, bye. So, die Zeug hier auf die minimap. Ah, das ist natürlich praktisch, das lasse ich gleich mal. Äh, muss ich hier hin? Ich gucke lieber erstmal in die Röhre. Ach so, okay, ich habe anscheinend noch, man muss anscheinend erst die Röhren sozusagen freischalten. Ich habe gehofft, dass man vielleicht so einzeln drüber springen kann. Wahrscheinlich der Fall zu sein. Und der erste Nicht-Tutorial-Kampf. Ach nee, letzte Folge war ja schon dieser eine Boss-Kampf. Zack. Zack. Okay, das war gemein. Aber er scheint raus zu sein. Gut. So. Hat er das jetzt gezählt? Nee, hat es nicht. Eins, zwei. Gut. Hier kann man anscheinend nicht hoch. Speichern kann die Schaden. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Hey Mario, great timing. I could use a hand here. I'm kind of stuck. Look, keep your diet jokes to yourself. They are not funny. Just get me out of here. Nyack, nyack, nyack. Why could it be that bossa the great Koopa King has fallen into my cannon? Nyack, how am I using? Who dares to speak to me so? Nyack, nyack, nyack. I'm a Thorstar. I'm Thorstar, the great and famed king of Starless Fields. I've heard tales of you, but you aren't very impressive in person. Nyack, nyack, nyack. Nyack, nyack. If you want me to get him out of here, little people, you must pay in coins. I will set him free for all of your coins. And I will even keep this most embarrassing incident as he could. What, that's not fair. Sehe ich genauso. Pardon me, I'm not sure. I heard you correctly just now. You will give me all your 130 coins? Nein. Warum lass den doch? Oh, nyack, 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 nyack. Why, these are Mushroom Kingdom coins, aren't they? This is the Bean Bean Kingdom. I suppose I will have to calculate their value and their local currency. Let's see, yeah. Today's exchange rate, 130 Mushroom Cairns are worth 10 Bean Bean Coins. Well, sorry, but for only 10 coins, I can't guarantee the secret ones about nyack, nyack. Yes, that means I will need an additional 100 Bean Bean Coins. Go find them in Starsfields and bring them to me. Then I will help you, Koopa King. Okay. Okay. Hä? Kann man hier runterfallen? Ich sollte mal die da drauf springen lernen. Ach, ich hab's sogar geschafft. Okay. Jetzt müsste das von Luigi sogar reichen. Jep, tut das auch. Level up sogar. Oh, es ist der Splash. 13. Also plus 4, das ist nicht schlecht. Kommt man hier nicht irgendwie hoch? Wartet. Nicht schlecht. Ach, hier auch wieder München. Zack, zack, zack. Und schon wieder geschafft. Kann man da vielleicht auch ein Quit landen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon aufs Zufall 3 schaden. Ne, das ist normal. Gib an keinen, dann schenke ich keinen Quit landen. Zack. Und? Das müsste doch reichen. Gut, reicht doch. Danke. Okay, das ist doch schlecht. Aber rein von der Logik her müsste das jetzt sogar auch reichen. Ja, tut doch. Hm. Das ist doch dumm, dass man sich da nicht bewegen kann. Warum? Ach, man muss R oder L drücken. Komisch. Ach, nee, Steuerkreuz. So, okay. Ach so. Ah, naja. Das würde man vielleicht lesen. So, jetzt versuche ich aber... ...hier drauf zu kommen. Nein. Jetzt. Hä? Das hätte mir ja eh mal jemand sagen können, oder? Warte, nur seitlich? Oder auch hoch? Nein, nur seitlich. Ach, nee, da hinten geht's weiter. Genau hier. Syrup. Okay. Syrup, okay. Ich guck mal, was hier oben so los ist. Wer ist das denn? Schwerch in Starshit. Schwerch in Starshit. The shooting stars we just witnessed were an alien bomb by the matter perhaps. In the name of the starshade bros, we will find the Elliot scum. They will rule the day. General starshade, sir, I have confirmed the presence of a suspicious unknown entity. It's a vivid green color that pierces the eye. Hm, yes, sighting confirmed. However, I see not green, but red. Urgent, pursue additional visual contact immediately. Ah, okay. Oh, incredible. It's none other than Mario from the Mushroom Kingdom. Luigi sighting confirmed. Search in starshade. Change of mission objective. Obtain other ghost stat. Hm, I see. Incredible. To think Princess Peach's lovely voice in the hands of some wild enemy. Her voice must be recovered no matter what it takes. Priority, run, search and starshade. We must provide as much field support as we can. Very well. With starshade bros, we will teach you the secrets of the bros action. Master Mario, Master Luigi's special bros action training shall commence immediately. Are you ready to undergo training? Yes. When you wish to jump to a high ledge, Luigi can jump on Mario to perform a higher jump. First, use the touchscreen or the L or R button to select your high jump. Then press the B button to jump. Then press the B button to jump. At the moment you jump on him, press the B button again. See, you can jump higher than you can... Nope. So... Okay. Excellent work, man. If you use your high jump, you can climb ledges that you could never climb alone. Next, I'm going to show you another type of jump. Simply use the touchscreen or the L or R button to select the spin jump. Then press the A button to jump. See, you won't piggyback. Now, if you press the A button once more, the two of you spin through the air together. Slide a joystick while you spin to move through the air. Yep, the move scannish now. It's possible to use this spin jump to jump across wild valleys and dangerous pits. Do you require... Nope. Very well, Mario. Then use your spin jump to reach the ledge on the red. Ah, good. Excellent. See, boys actions that two of you perform together are called Bross Actions. Select an action using the touchscreen and use A and B buttons to perform it, remember that. There are more actions that only Bross Actions like you can perform. Training complete. Ready to return? Yes. Excellent. Now the proving crowns. Next time has come to show the fruits of your training. We must use the high jump and spin jump. We just told you. To reach the flake way up. There are good luck soldiers. Spannende Sache. Aber. Die Folge ist wieder vorbei. Auf jeden Fall ist die Folge jetzt vorbei und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Untertitelung des ZDF, 2020